Was ist dein Zahnarzt? Ich war nur in der Schweiz beim privaten Zahnarzt und er hat natürlich nie diese technischen Einrichtungen, nicht diese Möglichkeiten wie hier. Ich würde es als eine moderne Klinik bezeichnen. Man ist gut aufgehoben, man weiss immer, was passiert. Es geht alles rasch, die Leute sind freundlich und ich habe den Eindruck, dass sie auch kompetent sind.